Hi, Manuel baut sich gerade noch sein Kostüm, aber ich bin lustig, ich habe ein paar trotzdem einfach so begonnen. Hi Leute, was geht? Ich gehe zurück zu meiner anderen Insel, weil ich mich schon nicht mehr leiden kann, seit er ist. Ich habe ein tolles Kostüm, oder? Ja, ist wunderschön. Das gefällt mir optisch schon sehr gut, wie ein Hut. Ah, dieses Töder! Das geht die ganze Zeit Richtung mein Gesicht. Mein Gesicht? Wegen meinen Kopf, meinst du? Das ist mir schon erstmal rundgetragen. Mh, schmeckt's? Nein. Ich hoffe es doch für dich. Gut, ja, ich gehe zurück zu der anderen Insel. So machen Sachen. Was machen Sachen? Sachen machen Sachen. Ah ja, cool. Guck mal, das sieht jetzt aus wie meine Nase. Ja, toll. So, wir sind schon ein paar zwölf jetzt. Ja, kann sein. Ja, nicht nur kann sein, sonst passt so. Alter, da hat sich schon wieder jemand in meine Boote reingesetzt. Ich brauch's nicht. Ich könnte jetzt diesen Fluss-Floß-Dings-Bootsteg zu Ende machen, aber ich bin zu faul. Du machst das jetzt fertig. Sollte ich. Warum nicht? Das ist, dass Sachen anfangen dann keine Bock mehr haben. Da brauchst du wenigstens nicht überlegen. Was mache ich jetzt die ganze Zeit? Alter, du, Spaß. Alter, du bist ne Dusche. Gut möglich. Aber ich glaube, das ist unbeschuldig. Das glaub ich nämlich nicht. Ich bin zu weit nach unten gegangen. Ähm. Hat der mich gerade... Ja, hat er. Was für ne Reichweite kann der mich angreifen, Alter? Guck. Hä, der... Das ist der Zombie mit der größten Reichweite jemals. Wow. Die Tüte stört... Also Tasche stört auch überhaupt nicht, ne? Das ist sehr angenehm gerade. Alter. Alter, sei angenehm. Lass die Tasche da drauf. Ja. Ich such nur einen Optimalspot. Du... Äh, Manuel hat einfach mal eine Tasche mit zerrissenem Hänkel. Auf seinem Kopf. Ja. Und ich hab diese Piraten... Warum hast du die hier? Keine Ahnung, weil ich die kaputt gemacht hab. Und dann... Ich glaub, wir werden von Part zu Part schöner, oder? Ja, so schön war ich auf jeden Fall noch nie. Ich könnte es auch als Krawatte nehmen. Guck mal. Wunderschön. Wunderschöne Krawatte, oder? Gesundheit. Erkälte dich nicht. Erhitze dich bloß. Ja. Ja. Guck mal, ich hab eine Höhe gefunden. Das heißt, eine Höhe. Vielleicht gibt's hier Sachen. Ich müsste... Ja, nichts machen. So. Dann stopfen wir mal das Loch. Dann ist nicht mehr so feucht hier drin. Oh doch. Ist immer noch feucht. Hä? Ah, jetzt ist es nicht mehr feucht. Dann muss man einfach mit genug Blöcken hinkommen. Okay. Dann ist es nicht mehr feucht. Ja, passt, würde ich sagen. Wow, tolle Höhle. Guck mal. Guck mal. Das ist die größte Höhle ever. Sofort zu Ende. Wow. Geil. In der Höhle gibt's nichts. Also wirklich nichts. Gewitter im Kork. Aber ich hab Obsidian gemacht. Toll. Hier war ein Gewitter im Kork. Oh, sind die zu Gast bei uns? Sind die zu Gast bei uns? Nee, das ist nur ein Gewitter im Kork hier. Kein Gewitter im Kopf. Hast du Tourette im Kork? Ja. Alter, jetzt gibt's hier drei Frontenkriege oder so. Gibt's hier vielleicht wenigstens Diamanten oder so. Oder Diamfrauten. Ich glaub, hier gibt's echt gar nichts so. Gut, ich grab mich einfach hier vorne weiter, ne? Hab ich auch nichts dagegen. Wann endet die Nacht eigentlich mal wieder? Also... Das weiß ich nicht. Ich bin in der Höhle. Ich weiß nicht, wann's Nacht und wann's Tag ist. Und diese scheiß Phantome latschen mir die ganze Zeit hinterher. Ist doch gut. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Deine Batterieleistung lässt immer noch nach. Das ist ganz toll. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja. Die hält eh noch so... ein Jahr aus. Ist echt so, ne? Ist echt so. Aber ich finde den Pro Controller, ich liebe ihn einfach. Der ist so geil von der Switch. Ohne Spaß, Leute. Oh, schau mal. Ich hab noch ne Höhle gefunden. Da gibt's Eisen da hinten. Ja. Da... Blümel ich doch mit meiner Spitzhacke direkt rein, würd ich sagen. Du mümmelst da rein. Ja, warum nicht? Äh, beste Wortwahl ever, würd ich nur so sagen. Ja. Ja. Das ist auch die beste Wortwahl. Oder das Eisen. Ja, ich weiß. Das wollte ich ja gerade hören. Das hast du gerade sogar gesagt, oder? Ja, hab ich auch gerade gesagt. Ich hab sofort wieder vergessen. Ich hab gesagt, ich will da jetzt mit der Spitzhacke rein und lümmeln. Und das mach ich gerade. Siehst du das? Oder sogar Coxidia. Nein. Äh, äh, Rotstein. Oh, Rotstein. Oh, das sind schöne Geräusche. Was hast denn du gebaut? Eine Steinsäge ist noch bei uns hier. Und was bringt die uns? Damit können wir Steinsägen. In was? In Steinplatten oder so? Nein, äh, in Treppen und alles und Zäune und Mauern. Es kostet halt einfach weniger Stein. Okay, ja gut, dann ist das auch nicht schlecht. Ne, kann man machen. Ähm. Kann man nicht. Okay, dann hör auf damit. Aber als ob ich auf der Höhe immer noch keine Diamanten gefunden habe. Ich finde die ganze Zeit nur Diafrauten. Toll. Wegen Mann und Frau, ne? Wäre dir nicht aufgefallen, oder? Ah, ah. Du bist halt einfach zu blöd. Wo ist Dr. Fandi, Mr. Phantom? Ich bin gerade in der Höhle, falls du das meinst. Mr. Phantom, nein, ich hab Mr. Phantom gemeint. Bin doch ich. Ich frage mich, ob ich Mr. Phantom in ein Boot locken könnte. Bestimmt, oder? Man kann doch alles in ein Boot locken. Sogar die Bären, Alter. Bären? Ja. Ich weiß zwar nicht, warum man das machen sollen, könnte, tun sein, Gedingsteil. Aber, das geht bestimmt. Hä? Ich muss es jetzt davon abhängig machen, in welcher Position das fiege ich auf mich zu kommen. Ja! War es die richtige Position? War es eine schöne Position? Ja. Okay, hab ich nicht sogar noch... Oh, ich hab sogar noch eine Schaufel dabei. Oh, aha. Die ist versteckt, Leute. Die ist hinter mir versteckt, meine Schaufel. Ha! Ihr wisst gar nicht, dass ich da eine Schaufel habe, wenn ich es euch nicht erzähle. Die Schaufel ist hinter dir. Ja, guck mal. Das ist eine brave Schaufel. Die steht immer hinter mir. Das ist schon... Ja, bei mir ist es ja direkt abgeschnitten, dass man mal eventuell noch sie hätten, wer bei dir auch machen soll. Ja, wegen der einen Schaufel. Wegen dem halben Slot da. Ja, mein Gott. Wenn ich so sitze, dann ist es der ganze. Also fast, ja. Und eine Hungerkeule auch irgendwie. Oh, wow. Ja, weil die Hungerkeule ja auch hier beginnt, von hier aus nach drüben zu gehen. Ja, deshalb ist es so wichtig. Ja, das ist sau wichtig. Muss man schon singen. Nicht sagen, sondern singen. Gut. Hier habe ich noch mehr Eisen. Guck mal, ich finde gerade viel Eisen. Aber ich wundere mich, warum ich auf der Höhe immer noch keine Diamanten gefunden habe. Ich bin ja schon ewig hier. Das liegt daran, weil du aus zu großer Höhe gefallen bist. Höhe. Ach so, ich dachte, weil ich nur nachts schleifen kann. Wie sagt er das nochmal? Horecord X feels aus zu großer Höhe. Weil aus zu großer Höhe. Oder so, glaube ich. Oh, was ist hier unten? Laba. Lahnparty. Da unten ist eine Lahnparty. Oh, wer sind wir? Oh, für mich. Weiß ich nicht. Weil ich dann schon, mein Bild schon wieder noch schrotten machen kann. Weil ich dann ja... Was versuchst du gerade? Weil es wieder richtig hinzumachen. Ach so. Äh, ja. Ja, natürlich. Das ist klug, mich mit Eisenerz hochzubauen. Oh Mann, ey. Wie dumm bist du denn? Ich bin kein Duden. Ich hab einen Diamant gefunden. Ich bin doch nicht aus zu großer Höhe gefallen. Toll. Du hast gerade Eisenerz ins Lava fallen lassen. Ja, ich weiß. Das war mit... Jetzt baue mit der Steinspitzhacke ab. Natürlich nicht. Ich will den Diamant schon haben. Die Diamanten. Und bitte sag drei, drei. Nein. Schade. Zwei. Ja, aber was machen wir damit? Ähm. Ne, äh. Diamant, äh. Wie heißt das? Hacke-Dings. Wir machen uns einen Diamantschaufel und einen Plattenspieler, lol. Ja, das lohnt sich voll. Aber wir haben sogar Schallplatten, ja, oder? Das wirklich tun, aber das wäre unnötig. Ja, könnten wir auch. Aber das wäre wirklich unnötig. Das machen wir wirklich nicht. Ja, das machen wir auch wirklich nicht. Sonst boxe ich dich. Fote. Ne, da hin nicht. In dein Gesicht. Das sind schöne Gespräche, oder? Ja, besser als das Gespräch vom letzten Part. Weil du so viel Scheiß gelabert hast, Alter. Ich glaub's nicht. Ach, ich jetzt? Ja, natürlich, du. Ich hab die ganze Zeit nur Intellektuelles gelabert, dass die Zuschauer auch ein bisschen was lernen können. Wie zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht. Leute, schaut den letzten Part an. Bist du jetzt? Wow, der Läufergang. Nein. Oh, wow. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich es wollte. Hast du das mit dem Übergang von mir? Ja, genau. Dachte ich mir. Genau, sie ist mein Mean Eye. Achso. Aber du kannst nur nachts schleifen, vergess das nicht. You can't even sleep in your night. Schliffen. Du kannst nur nachts den Schliefenplan ausführen. Ja. Genau. Das ist dumm, wenn jemand den Schliefenplan nicht kennt, wie zum Beispiel du. Ja, ich kann halt aber dafür nachts schleifen im Gegensatz zu dir. Ja, und ich kann nachts Frankreich über Belgien angreifen. Weil das war der Schliefenplan. Wie so über Belgien und nicht unter Belgien? Das gibt gar keinen Sinn. Ja. Ja. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ist fast dünner, aber sowieso nicht. Das ergibt nur schon dreimal hier. Hm, jetzt habe ich Hunger. Gut, habe ich eh mein ganzes Leben schon. Aber egal. Du bist schuld. An Humanoid. Dieses Kackwasser nervt mich. Guck mal, ich habe einen Schleifstein gefunden. Toll. Ja, ist das nicht toll? Dieses scheiß Wasser, kann man das nicht endlich mal... Ne, kann man nicht. Jetzt fliegt ab. Hast du Abflussprobleme? Ja. Ruf doch Mario. Ja, der wird sicher helfen wollen. Ja, also wenn Peach auch da ist, dann verlegt er vielleicht sogar ein neues Rohr. Vielleicht geht es dann wieder mit dem Abfluss. Wisst du, wenn Mario ein Rohr verlegt, das wird mir bestimmt bei dem Abfluss helfen, ne? Ja, klar. Dein Rohr ist ja zerbrochen. Was? Ja, wegen dem ganzen Rost. Ich habe doch nicht mal ein Rohr hier. Also... Stimmt, du hast nur einen Plattenvorlag. Zeug. Du hättest genauso gut sagen können, du hast kein Rohr, du hast nur Guacamolenbrei. Das wäre genauso zusammenhangsvoll gewesen. Du erzählst schon wieder... Oh, ich habe einen Phantommembran. Schnell weg damit. Ach, das erzähle ich. Oh, ich habe einen Phantommembran. Ja. Du erzählst... Wow, das war ein toller Satz von dir. Du erzählst schon wieder, wow, wow, da ist ein Phantommembran. Oh, oh. Oh, oh, stimmt, ja. Ich habe dir nicht richtig zugehört, ich ignoriere dich ja so gern. Immer gut im Multiplayer, Let's Play. Ja. Mir fällt auf, dass ich von... Was ging es nochmal? Darum, dass du nur einen Plattenvorlag hast. Schon wieder vergessen, oder was? Nee, irgendwas, was ich sagen wollte. Achso. Äh. Dass du gar keinen Plattenvorlag hast und das eine Lüge war? Äh, ja, genau. Okay. Ja, dann hätte sich das ja auch geklärt. Heißt, nein, wie heißt unser Let's Play nochmal? Also nicht das Let's Play selbst. Nicht Multiplayer, Let's Play. Nee, wie heißt das eigentlich? Haha, deutsche Wörter fehlen mir. Was? Kooperations-Let's Play bestimmt auch nicht. Mehrspiele. Nein. Wie hast du es immer genannt? Leute, mir fehlt einfach gerade ein deutsches Wort. Für was? Für Let's Play mit zwei Leuten. Together. Ja, genau. Warum ist das ein deutsches Wort nochmal? Weil das nicht zusammen ist. Oh, guck mal, Gold. Oh, wow, das ist... Hä, hab ich schon lieber als Diamanten? Musste ich schon sagen. Wow. Ja, was fangen wir mit dem Gold denn an? Ähm, das darfst du dir überlegen. Ja, dankeschön. Bitte. Ist doch auch eine tolle Challenge. Mach mit dem Gold, was sinnvoll ist. Wow, ich würde Schienen draus machen dann. Ja, dann mach Schienen draus über die kleine Brücke bei uns. Mach das bitte. Ja, zu einer anderen Insel. Aber ich glaube, das lohnt sich für das Let's Play nicht mehr. Ich glaube. Nee, mach Schienen über die Brücke, wo ich es gebaut habe. Doch. Nein. Mach das doch. Keinen Fall. Ja, dann kriegst du das Gold auch nicht. Okay. Das ist ein großer Verlust für dich. Weißt du das? Ja, das weiß ich. Ja, ich hoffe es für dich. Was tue ich nur ohne Gold in Minecraft? Ja, alles. Ja. Ist so. Alles außer. Alles was vegan ist. Alles außer einer Bahnstrecke bauen. Ja. Oder eine Uhr. Oder eine Lahnstrecke. Lahnstrecke. Ja, ein Lahnkabel einfach legen. Ja. So. Alter, hier ist wieder sauviel Kohle. YouTube Money ist angekommen. Yeah. Jedes Mal der gleiche Witz. Guck mal, da ist noch mehr YouTube Money. Hä, was meinst du mit gleicher Witz? Ähm, daran, dass der Witz gleich ist. Guck mal, da ist noch mehr YouTube Money. Habe ich mir gerade ausgedacht. Du hast dir im YouTube Money ausgedacht. Ja. Ich habe mir YouTube ausgedacht. Warst du? Ja, ich. Wie alt warst du bei der Erfindung von YouTube nochmal? Warte, 2005, ne? Achso. Oder? Seit wann gibt es YouTube 2005? Ich dachte 2006. Ich glaube 2005. Wenn ja, dann hätte ich das mit zwei aufgrunden. Was natürlich sehr realistisch ist, muss man schon sagen. Kluges Kind, ne? Ich bin sehr kluges Kind. Ähm. Also, ich habe schon viel geleistet in meinem Leben. In meiner Leber. In meiner Niere habe ich auch schon viel geleistet. Deine Leber hat viel gekleistert. Und zwar Brei. Von Piraten. Was erzählst du? Was erzählst du? Mein Gott. Du erzählst nur Scheiße. Ich erzähl heute nur davon, dass ich hier in Minecraft irgendwas falsch gebaut habe und deshalb gerne kotzen möchte, weil ich jetzt hier alle Treppen nochmal abbauen darf. Also, wenn du kotzen möchtest, dann kannst du das jetzt nach dem Park machen, weil er ist vorbei. Cool. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.